Hey meine Lieben, heute drehe ich für euch wieder ein Video. Und ich habe gedacht, ich drehe heute ein Fakten-über-mich-Video. Also, ich erkläre euch so, ich erzähle euch ein bisschen was über mich. Ich weiß ja auch 10 Fakten über mich. Oder 10 Facts about me. Tag. Der erste Fakt ist, ich heiße Sima Aesu. Und ja, das ist mein richtiger Name. Manchmal habe ich mich gefragt, ob es so ein Künstlername ist. Aber Sima Aesu ist mein richtiger Name. Also, Sima und Aesu ist mein zweites Name. Aber nicht mein Nachname. Also, ich sage mein Nachname, aber nicht auf Lüten. Das zweite ist, ich gehe aufs Gymnasium. Ich bin 12 Jahre alt und habe am 16.12.2021 Geburtstag. Also, ich werde diesmal zu machen. Ich Mathe über alles, wirst du? Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde, Mathe echt nicht so pricken. Ja, verrückt. Also, ich bin nicht normal verrückt, sondern ich bin verrückt, verrückt. Ich bin ein einzig Kind. Also, meine zwei Schwester. Ich hätte eigentlich zwei Schwester, aber die sind im Bauch meiner Mama gestorben. Ja, ich mache YouTube-Videos. Das ist auch ein Fakt über mich. Und das ist auch ein Hobby von mir, also YouTube-Videos so zu drehen halt. Meine Augenfarbe ist braun. Und meine Haarfarbe ist auch braun. Ich habe eine zahme Spange. Ich will mich nochmal ganz, 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 ganz. Ich weiß, ob ihr das Treffen daß in der Hand hat. Ganz herzlich bei euch bedanken, dass ich in einer Woche 700 Abonnenten erreicht habe. Ich habe vor einer Woche ein Video gelernt, da habe ich 602 Abonnenten gehabt. Und jetzt habe ich eine Woche danach 700 Abonnenten. Ich finde, das ist echt voll krass. Ich muss auf jeden Fall noch Leute grüßen und die habe ich mir auf jeden Fall noch hier hingeschrieben, dass ich auch niemanden vergesse. Ich grüße Baha. Also tut mir leid Baha, dass ich letzte Woche nicht gegrüßt habe, aber heute grüße ich dich. Dann grüße ich die Cindy. Hallo Cindy, du hast unter meinem Video geschrieben, dass ich dich grüßen soll. Dann habe ich mir gedacht, ich grüße dich mal. Beysa oder dem Beysa, also ich habe es immer noch nicht vorausgefunden. Ich glaube, du hast geschrieben, dass du Mädchen bist. Ich bin nicht, dass ich auch du bist. Aber ich sage einfach Hallo Beysa. Dann grüße ich noch die Beauty Bella. Hallo Beauty Bella. Ich glaube, du hast auch noch gesagt, dass ich dich grüßen soll. Maruti, also da grüße ich dich noch. Ich glaube, du weißt, wen ich meine. Es tut mir leid, wenn ich keine Ahnung von euch ausgesprochen habe oder was falsch ausgesprochen habe. So, also meine Lieben, dann sage ich Tschüss für dieses Video. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ja, ihr seid die Besten. Tschüss. Was ist los mit dir? Warum musst du da hinlegen? Jetzt in diesem Moment. Was ist das? Das ist die Planefelle. Das ist so farbbar, aber das ist jetzt ganz nass. Das muss trocken. Hallo meine Freunde fragen. Die sagen euch alle, ich bin das kleine verrückte Mädchen. Aber ich bin ganz schön. Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Was ist denn? Das ist Niedpapa. Nicht denken, nicht denken. Ich denke keinen Schalte. Nein, das ist das Nied. Na ja, alle gehen jetzt nach Hause. So, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Einen guten Morgen. Oder wann immer ihr dieses Video guckt. Einen schönen Tag noch. Motorrad mit dem ganzen Gang kommt so. Alter. Es war schon ein Motorrad ein, aber mit dem Fahrrad hinterher so. Warte, warte, warte. Alter, das ist gerade geplatzt, als ich das aufmiede. Danke, tschüss. Tschüss und ich hoffe, euch haben meine Outtags gefallen. Tschüss.